ja moin ja wenn du jetzt hier schon länger dabei bist dann ist das jetzt hier der erste video podcast höre und schaue da gerne mal rein ansonsten wenn du jetzt gerade erst neu dabei bist auf dem kanal dann macht es das auch auf jeden fall und ja gesagt erster video podcast ich habe mir für das thema sonnenschutz hautpflege im sportkontext aber eigentlich betrifft jeden die dr sarah schunter eingeladen dies promovierte biochemikerin und kennt sich sehr gut aus dem thema ganz kurz warum ja man sieht es noch ein bisschen in der nase ich hatte mit 32 jetzt weißen hautkrebs keine schöne sache braucht man nicht will man nicht und mit ein bisschen hintergrundwissen kann man das mit hoher wahrscheinlichkeit auch verhindern will nicht sagen dass jeder das jetzt bekommen wenn er das nicht beachtet aber die wahrscheinlichkeit für hautschäden vorzeitige hautalterung und alles drumherum ja ist schon sehr sehr klar viel kleiner wenn man da halt ein bisschen paar sachen weiß und sich damit auskennt und wenn wir mal ehrlich sind macht man es nicht so wirklich ich höre jetzt auf zu labern viel spaß mit dem interview und ja wenn du fragen hast hause gerne raus auf instagram findest du in die beschreibung oder auch gerne unter dem video als kommentar sind da noch weiterführende links im video und viel spaß und ja sarah also ich hatte ja schon gesagt dass ich gerne mit mit meiner story einsteigen würde warum wir jetzt hier über heute dieses thema sprechen und ich versuche es mal so aufzudröseln ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau wann der tag war wo ich damit konfrontiert wurde aber um vielleicht mal noch ein tick weiter vor anzusetzen es war nämlich so dass ich letztes jahr so eine wunde hatte alle die das jetzt zuhören kann das nicht sehen aber du kannst es hier sehen man sieht auch so die leichten ja die reste sozusagen und so sah das auch am anfang aus also wie so eine wunde die einfach da war und man ich dachte mir jetzt naja gut also das ist halt genau da wo die schwimmbrille drauf sitzt oder auch die sonnenbrille ja ist halt eine wunde heilt nicht so richtig okay müsstest du mal ein bisschen vorsichtiger sein syren kremst du mal ein bisschen ein da ging es auch mal weg und war es ein paar wochen und monate auch wenn wir besser aber es hat dann immer wieder so irgendwie ein bisschen gesuppt dann war so ein bisschen naja einfach wie so eine wunde halt und ehrlich gesagt habe ich dabei nichts gedacht weil ich mit dem thema wirklich ungelogen noch nicht mich noch nie mit beschäftigt hatte also zum beispiel weißen hautkrebs weiß ich nicht ob ich davon schon mal was gehört hatte muss ich ganz ehrlich gestehen und dann ist es aber glücklicherweise so gewesen dass meine freundin der vater ist hautarzt tatsächlich und sie kam doch mal auf die idee vielleicht dass man sich das mal anguckt und ja dann kam es eben dazu dass das untersucht wurde und da eben schon der verdacht war dass es eben ein basalium sein könnte weiße hautkrebs das hat sich dann auch in der biopsie bestätigt und für mich war das erst mal so ein schock weil auch jetzt wenn man so mit freunden darüber spricht tut man das gerne so ein bisschen ab weil es ist ja nicht der böse hautkrebs kommen wir auch leider mal vielleicht drauf trotzdem war es aber erst mal so ok also jetzt habe ich auf einmal krebs so nach dem motto und da muss man sich erst damit auseinandersetzen long story short es wurde dann operiert und ja ich leben noch und kann auch gut damit leben es ist ja nicht streuend dennoch ist es für mich natürlich so ein ja so ein schuss vom buch gewesen wie man so schön sagt und du beschäftigst dich ja auch mit dem thema sonnenschutz hautkrebsvorsorge und ich würde einfach mal gerne so deine gedanken dazu wissen wenn du die die story hast ja krass also erst mal ist es natürlich immer so ein themageil also man ist jung und fit und denkt sich so krebs das ist doch nichts was mich betrifft ja aber letztendlich ist das eigentlich ein warnschuss dass es uns alle treffen kann und gerade beim thema hautkrebs man ja in den letzten jahren gesehen dass das einfach enorm zugenommen hat ja also es liegt daran dass wir inzwischen einen ganz anderen lebenswandel haben öfter draußen unterwegs sind dass natürlich auch sich irgendwo die umweltbedingungen verändert haben noch zu früher und dadurch tritt es einfach jetzt auch viel gehäufter auf und auch schon in viel viel jüngeren jahren und wenn ich eben sowas höher wie deine story dann muss ich sagen leider ist es keine seltenheit mehr so krass das klingt und desto wichtiger finde ich auch dass dieses thema irgendwie gut besprochen und verstanden wird und deswegen liegt es mir auch so am herzen darüber zu reden klar ich rede super gern über das thema hautpflege hautschutz wie gehen wir mit unserem größten organ auch um und warum ist einfach der griff zur sonnencreme viel mehr als der schutz vor sonnenbrand ja also so krass diese story ist so sehr ist mir das einfach auch ein anliegen tatsächlich auch mehreren meiner familienmitglieder meinen freunden auch immer wieder damit auf die nerven zu gehen und ja wenn ich solche stories höre da läuft es einem natürlich erst mal kalt den rücken runter hast du denn leute in dem umfeld die das auch schon hatten ja tatsächlich hatte ich mehrere leute teilweise jung teilweise älter gerade natürlich je älter man wird dass du er neigt man dann auch da dazu weil sich man sagt ein hautkrebs normalerweise innerhalb von jahrzehnten entwickelt und deswegen haben es in der regel wenig junge leute mit dem alter aber ist es sehr häufig sagen wir es mal so vor allem wenn man halt bedenkt dass folgendes der fall ist jeder einzelne sonnenbrand vor allem die die du dir in deiner jugend zu ziehst sind quasi ein risiko für späteren hautkrebs und deswegen ist glaube ich kommt noch einiges auch auf uns zu in den nächsten jahren also all die die in ihren jungen jahren mit 16 17 keine ahnung war es ja großer sport irgendwie auf mallorca ungebräunt sich in die sonne zu legen und zu sagen naja gut nach rot kommt braun wird schon passen ja das ist das schlimme ist da sprichst du da legst du so ein bisschen unbewusst genau den finger in die wunde weil wenn ich es überlege vor zehn zwölf jahren war das genau der fall bei uns wo wir halt ja ganz unbedarft uns auch den malle urlaub gegönnt haben das war so ein bisschen vor der sportphase und einfach da war ich muss das wirklich sagen sonnenschutz war nicht ein möglichen thema also und da war man hat wirklich rot und gebräunt und beides sozusagen und verbrannt vor allem und wenn ich es überlege kann man natürlich jetzt nicht sagen aber ja das ist so genau so vor zehn 15 jahren gewesen wo man hat sich leider wenig damit auseinandergesetzt hast und umso platter oder krasser war es dann halt für mich zu hören deshalb das auch womöglich auch dazu geführt hat man kann es linie man kann es nie sagen wie es jetzt wirklich dazu gekommen ist aber dass das eben auch dazu geführt hat dass sich damit jetzt konfrontiert wurde ja gerade basaliome also weiße hautkrebs aber natürlich auch der schwarze hautkrebs da weiß man schon sehr gut aus wissenschaftlichen studien dass das eben auf die uv strahlung zurückgeht hauptsächlich also und dass das was man tagtäglich einsammelt an uv strahlung auf jeden fall ein begünstigender faktor da ist danach war es ja dann so dass ich natürlich auch noch mal ein zweimal zur kontrolle gegangen bin zum hautarzt beziehungsweise es war in berlin hier die vivantes klinikum ist ja auch so eine spezialklinik also da hatte ich auch wirklich glück gehabt dass das auch so schnell vor allem vonstatten gegangen ist und dann wurde mir natürlich dann auch so tipps von den ärzten mit an die hand gegeben also dass man was man eigentlich auch kennt also man soll natürlich jetzt die die mittags sonne meiden von 11 mal bis 15 mal bis 16 uhr und in diesen kleinen zeitkorridoren die ja immer sehr beschränkt sind was gar nicht irgendwie kritik sein soll wenn man ich bin einfach nur dankbar und ja dass es die privileg hat gibt in deutschland hier wirklich auch hilfe zu bekommen aber die ärzte kann natürlich jetzt hier nicht so einen riesen vortrag halten was man jetzt alles machen sollte und da hatte ich mich gefragt vielleicht können wir mal zusammen so ein bisschen das aufdröseln wenn es jetzt heißt meinen sie doch die mittags sonne wer denn jetzt hier eigentlich die übeltäter sind und vielleicht magst du mal kurz du hast es gerade schon angeteasert mit der uv-strahlung das mal so ein bisschen aufdröseln warum wir die oder dass es die gibt und warum wir die jetzt eigentlich meiden sollen ja voll gern also da steigen wir natürlich schon fast auch in die physik ein bisschen ein also uv-strahlung ist einfach der wellenlängenbereich des sonnenlichts den wir nicht sehen also alles andere sind ja die farben beispielsweise die wir sehen es in andere wellenlängen oder die thermische strahlung das was wir als warm empfinden ist auch wieder in einer anderen wellenlänge aber gerade die uv-strahlung ist in so einem engen bereich die wir nicht sehen die aber im grunde immer dann auch da ist wenn wir sonne haben ja die ist dann mal stärker mal schwächer im winter nicht so ausgeprägt wie im sommer das hat was mit dem einstrahlungswinkel zu tun je nachdem wie die sonnenstrahlung auch auf die erdatmosphäre trifft wird sie anders gebrochen heißt wenn wir jetzt eben sagen wir müssen die mittagszeit meiden dann trifft betrifft es vor allem im sommer die zeit so zwischen 10 und 16 uhr schon fast während es im winter auch mal richtung 12 bis 15 uhr nur gehen kann weil da ist einfach der einstrahlwinkel in ganz anderer wir kriegen viel weniger sonne ab genau aber die uv-strahlung an sich gliedert sich dann jetzt auch wieder auf in verschiedene bereiche die uva uvb und uvc strahlung und vor allem die uva und die uvb strahlung ist eben die die für uns und für unsere haut einerseits wichtig aber auch andererseits sehr gefährlich sein kann man kann sich das immer so eine gibt eine ganz gute eselsbrücke die man sich so merken kann uva das a wie alterung also günstig alle alterungsprozesse und schädigt auch wirklich die dna maßgeblich und uvb ist die strahlung die b wie bräunung also auch die für die bräunung verantwortlich ist oder auch den brand den sonnenbrand also die uvb strahlung ist das wenn du davon zu viel abbekommst dann hast du halt direkten sonnenbrand und das was du an uva strahlung wiederum abbekommst das merkst du nicht sofort also das hat nicht so den unmittelbaren effekt hat halt aber den effekt dass es immer deine zellen schädigt ja irgendwo und das ist auch das was letztendlich vermutlich eher für die entstehung eines hautkrebs verantwortlich ist deswegen ist eben auch der schutz vor uva strahlung so wichtig gleichzeitig natürlich mit dem schutz vor uvb strahlung ja das sind ja schon mal super edelsbrücken also die werde ich auf jeden fall noch mal aufgreifen dann bei der aufarbeitung des des podcasts da fällt mir spontan so ein satz ein der so ein bisschen auf die die trainings lehre oder auch generell auf viele sachen im leben zurückgeht und zwar dass man ja oft so sieht da die sachen die man mit der zeit oder langfristig erreichen kann unterschätzt und das was man aber kurzfristig machen kann überschätzt man das so ein bisschen darauf münzt jetzt was du gott gesagt hast ist es ja auch genau das was man leider dass man diese ufer ausstrahlung nicht sieht und denkt ja gut also mir kann es ja nicht passieren ich bin jung und wird schon nichts passieren ich ja absolut also vor allem das ist auch so ein bisschen die sache die immer dann gestellt wird ja muss man ja jeden tag sonnenschutz tragen dann sage ich ja weil es kommt nicht darauf an auf deinen einen urlaub den du mal zweimal im jahr irgendwo in dieses in der sonde verbringst oder auf auf dieses eine mal wo du irgendwas was weiß ich richtig machst also im sinne von ich creme ich richtig ein darauf kommt es nicht anders ist ja das gleiche wie wenn du irgendwie schwimmtraining warst ja einmal irgendwie tausend meter runter zu ziehen würde ich jetzt auch nicht weiter bringen sondern indem du das regelmäßig machst indem du das auch daran bleibst und und da eine gewisse regelmäßigkeit reinbringst und genauso ist es im grunde auch beim sonnenschutz also indem du im grunde auch dafür sorgst dass das was du tagtäglich irgendwie einsammelt an uv strahlung wenn du mal irgendwie mittags kurz raus gehst wenn du irgendwo vielleicht sozusagen jetzt werden corona saßen ja viele mal auf dem balkon auch in der mittagszeit das sind lauter so so momente wo du immer wieder so uv strahlen einsammelt es geht auf wie auf so ein konto da sammelt sich das an und dann in der summe hast du am ende recht viel erreicht auch wenn es vielleicht nur hier und da mal ein paar minuten waren aber letztendlich zählt halt einfach die summe der eingesammelten uv strahlen und deswegen ist es tatsächlich wichtig sich auch wirklich jeden tag dann doch auch einzucremen vor allem wenn man eben zeit draußen verbringt und das tun wir sportler beziehungsweise triathleten ja sehr 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 viel also wenn ich ja jetzt gerade nur an die freibad sessions denke und man auch alleine ist jetzt sage ich mal sich vielleicht schlecht den rücken eincremen kann und man ist ja immer der uv strahlung sozusagen ausgesetzt und was ich in dem zusammenhang auch gelesen hatte dass die haut nicht vergisst das fand ich auch so ein irgendwie eine gute aussage dass die eben das nicht vergisst man selber aber den sonnenbrand und alles andere schnell vergisst ja ist bedeutet das dann jetzt sozusagen dass man am besten wirklich jeden tag eincremen sollte so wie man jetzt jeden tag zähne putzt also im idealfall ja also im idealfall hast du einfach deine tube mit der sonnencreme die übrigens gar nicht so unangenehm tragbar sein muss wie man das immer glaubt hast du jedenfalls diese tube in der regel auch immer direkt im badschrank stehen und greifst automatisch danach klar wenn du es mal einen tag vergisst oder auch an zwei drei tagen wollen da jetzt nicht übermäßig dogmatisch sein aber genauso wie du den vergleich gerade mit dem zähneputzen gemacht hast die schützen wir auch tagtäglich und sagen nicht ja gut heute brauche ich glaube ich nicht so sondern das machst machst du ja per default und so sollte vielleicht das ziel bei sonnencreme auch sein ich weiß das ist nicht immer ganz einfach und man muss sich auch daran gewöhnen und es gibt sicherlich tage wo es mehr sinn macht und andere wo wo du sagst ja gut also heute muss ich mich jetzt wirklich nicht eincremen aber so unterm strich betrachtet würde ich sagen sollte eine gewisse routine sein ja wir kommen auf jeden fall dann nochmals zu so praktischen take away notes aber was ich auch in der recherche total spannend fand zum thema uva strahlen das ist ja auch so war als ich glaube in den siebzigern waren wo so diese larien aufkamen dass da vielleicht auch jetzt aufgrund der grundlagenforschung die da vielleicht noch nicht so vorangeschritten war es auch hieß dass damals ja nur die uvb strahlen glaube ich gut waren und die uva strahlen ja also das ist ja da sind ja die solarien glaube ich mit betrieben und dass die sozusagen noch gut gehießen wurden damals und das ist ja auch total krass wenn man das so in der retrospektive sieht dass da einfach ganz lange was ganz falsches propagiert wurde oder total also das ist hochgradig fahrlässig natürlich gewesen und auch jetzt heute finde ich es eigentlich viel schlimmer mit dem wissen um diese enorme schädigung und dieses hohe potenzial im grunde sind solarien für mich nichts anderes als krebsfabriken ja also wann immer da leute reingehen ich denke mir immer nur so da könnte ich auch jeden tag irgendwie eine halbe flasche methanol trinken und bin dann auch irgendwann tot deswegen also es ist schon krass also natürlich will man nicht irgendwie mit dem erhobenen zeigefinger durch die gegend laufen und jeder muss ja für seine für sein leben für seine gesundheit selbst verantwortlich sein aber ich habe halt manchmal auch das gefühl dass das einfach noch eine sehr sehr unterschätzte geschichte ist und dass viele menschen einfach sagen ja also ich mach das ja um gut auszusehen und da müssen wir uns halt fragen was ist eigentlich das schönheitsideal also wovon sprechen wir da gerade ja ich habe mich halt auch gefragt also ich bin da jetzt mit konfrontiert geworden und beschäftige mich damit und nerven natürlich auch schon oder fang an damit mein umfeld zu nerven damit weil es ja dann wirklich sehr sehr wichtig ist aber ich habe mich halt gefragt und das ist ja auch so ein thema was du auch was dich betrifft stichwort wissenschaftskommunikation bist ja auch im b2b sozusagen tätig was auch so das thema betrifft und dann ist ja immer die frage wie gut manche also bezahlen ich natürlich auch aber ist ja trotzdem die frage wie überzeugt man menschen und da habe ich mich gefragt so wie überzeugt man jetzt eigentlich menschen die damit noch nie zu tun hatten und vielleicht auch so ein bisschen der ansicht sind ja das passiert mir ja nicht oder das ist doch alles irgendwie nicht sichtbar und nicht greifbar wie gehst du daran wenn jetzt so ich glaube ich glaube da da musst du immer erst mal dich natürlich fragen mit wem spreche ich in dem moment ja also spreche mit jemanden der beispielsweise was weiß ich wie du ja also zum beispiel als als sportler auch irgendwie sagt okay ich will leistungsfähig sein deswegen trainiere ich dreimal die woche mindestens und gucke auch dass ich regeneration mache und mich so und so ernähre da ist dann ja schon jemand der irgendwie sagt okay ich habe verstanden sport ist nicht alles da gehört viel dazu disziplin irgendwie gute ernährung regeneration wie auch immer und dann weißt du auch so okay hier habe ich irgendwie jemanden der für argumente empfänglich ist im sinne von hey deine gesundheit ist dir wichtig dann lass mich doch mal kurz erzählen warum auch sonnenschutz dann da damit dazu gehört hast du also so jemanden ist das finde ich immer relativ einfach irgendwie auch mit guten argumenten zu kommen weil die dann sehr schnell auch für die person irgendwo schlüssig klingen es gibt aber auch ganz viele die halt einfach so unterwegs sind dass sie sagen ich will halt hauptsächlich gut aussehen und ich finde halt eine bräunte haut sieht gut aus ja in dem moment gibt es aber finde ich inzwischen auch einen ganz guten tipp und zwar geht es über das thema anti aging dann in dem moment uv strahlung ist einfach zu 80 prozent für das verantwortlich weshalb unsere haut vorzeitig altert also pigment flecken auf klassischerweise auf dem handrücken fältchen um die augen oder im gesicht ja also diese ersten lachfältchen meine güte die wollen wir eigentlich alle haben aber es gibt auch manche leute die sehen deutlich älter aus als eigentlich ihr biologisches alter nahe liegen würde und wenn du eben mit dem argument kommst hey benutze sonnencreme das ist das beste anti aging mittel das überhaupt für geld kaufen kannst dann sind viele schon sehr schnell sehr huckt ja weil irgendwie viele sind dann auch schon verleitet zu sagen ach ich kaufe mir mal ein serum hierfür und dafür ich will ja gesund aussehen und lange fresh sein und dann ist immer da das einfachste argument wirklich zu sein spar dir das ganze geld wenn du keine sonnencreme verwendest dann brauchst du überhaupt keinen einzigen cent ausgeben für irgendeines dieser überteuerten serien weil wie gesagt ich sag es noch einmal 80 prozent aller hautschäden und aller vorzeitige hautalterung geht auf uv strahlung zurück also let that sink in ja also ich glaube vielleicht suche ich da mal eine sache raus und zwar das hatte ich das kennst du auch wo ist mal in den boulevard zeitung mal gewesen da gab es irgendwie mal so ein älger wie fahrer und es gab auch mal ein ehepaar was irgendwie immer gleich gesessen hat die ganze leben lang nicht und dann die eine seite war so ganz jungfräulich und die andere war komplett ja der sonne sozusagen geschuldet richtig mitgenommen also das fand ich auch krass war das ding ist man geht da nicht noch einen schritt weiter und denkt weiter drüber nach sondern man konsumiert ja nur die nachricht und das war's so läuft das ja meistens total also ich glaube man muss auch vielleicht mal quasi so ein bisschen dafür sensibilisieren was ist denn dieser sonnenschaden letztendlich alterung natürlich dann aber auch so sachen wie es gibt leute die neigen zu bestimmten hauterkrankungen sei es jetzt irgendwie akne oder schuppenflechte das gibt es noch alles hier rosazea oder solche sachen ja also die werden alle begünstigt durch ov strahlung früher hat man ja gedacht war mit einer akne musst du dich nur in die sonne legen dann werden die pickel weggebrannt ja aber was eigentlich sehr viel eher passiert ist dass die entzündungsprozesse noch zusätzlich befeuert werden und die akne eigentlich vielleicht in dem moment kurz mal ein bisschen pause macht aber eigentlich danach umso mehr aufblüht aber dann zum beispiel auch so pickel male sehr viel schlechter abheilen ja dann hast du ewig lang dunkle flecken im gesicht obwohl der pickel längst weg ist woran liegt weil uv strahlung dieses pickel mal noch intensiviert hat also es gibt ganz viele schäden die an der haut entstehen und die eben über den sonnenbrand hinweggehen ja das sind wenn man super viele flecken plötzlich auf der haut bekommt wenn die irgendwie trocken wird wenn sie knittrig wird wenn du im grunde cremen kannst ohne ende und irgendwie sich nichts mehr tut also das alles zählt da ja auch mit rein letztendlich ja und ja bei uns also bei den triathleten ist es auch oft so wir hatten noch den letzten podcast immer wieder sind oft zum studieren und die neueste wissenschaft jetzt ist natürlich so dass irgendwie uv a b c strahlen da kann man jetzt wahrscheinlich nicht noch mehr zu forschen beziehungsweise ist einfach erstmal jetzt so also kann man wahrscheinlich gibt man oder wird es immer wieder neue sachen geben aber das ist ja erstmal so ein bisschen fix und und dann habe ich mich gefragt so was ist denn so gerade so in deiner bubble wie man so schön sagt gibt es da so sachen die jetzt neu hochkommen sind ich hatten wir hatten gerade das beispiel mit der uv a strahlung was ein sehr krasses beispiel ist gibt es da so irgendwie sachen die jetzt irgendwie gerade neu aufpoppen und für ganz ganz viel aufruhr irgendwie sorgen was zum beispiel gerade ein großes thema ist ist alles so rund um quasi diese umweltbedingten sachen also wo man früher gesagt hat ort durch die vergrößerung des ozon loss haben wir plötzlich eine sehr viel intensivere strahlung auf der erde das ist auch weiterhin der fall durch also weil unsere atmosphäre hat sich zwar ein bisschen erholt gerade im bereich der ozonschicht aber es gibt auch andere komponenten die damit rein spielen luftverschmutzung ist einfach ein thema das kocht immer wieder hoch also einfach dass sich über die jahre hinweg tatsächlich die uv belastung einfach auf der erde verändert haben und ein zweites thema was auch gerade gar nicht mehr so neu ist aber was immer noch super viel kursiert und wo ich jedes mal die hände über den kopf zusammenschlag ist so was das wirkprinzip von uv filtern angeht es gibt ja verschiedene uv filter da gibt es diese gemeinhin als mineralisch bezeichnet werden und dann gibt es die oh gott so böse chemischen ja letztendlich in den sonnenschutzmitteln drin nicht genau da hast du zwei letztendlich wirkprinzipien von uv filtern und die werden immer so gegeneinander gestellt die mineralischen die hast du so gut wären und dann oh gott die chemischen filter aber unterm strich ist erstmal beides chemisch also alles was uns umgibt ist erstmal chemie dennoch gibt es diese zwei verschiedenen und man hat lange zeit eben angenommen dass die mineralischen filter und die chemischen filter unterschiedlich wirken die einen sollen die strahlen reflektieren während die anderen es absorbieren fakt ist beide machen beides also es findet immer bei beiden uv filtern eine gewisse art von streuung und absorption statt und es ist nicht so dass die mineralischen so wie es lange propagiert wurde rein über streuung funktionieren also das ist tatsächlich was was sich in den letzten jahren aufgelöst hat und und das hat insofern viele leute rumgetrieben weil sie immer gesagt haben nein ich möchte keine chemischen uv filter verwenden weil die wandeln ja die aufgenommene energie in wärme um und deswegen kriegt man in der haut einen hitze stau was natürlich absoluter quatsch einfach ist also von daher das war so sind so zwei themen und daraus heraus quasi auch basierend auf dem thema der uv filter ist es folgendes dass dieses jahr wurde ein brandneuer uv filter zugelassen ja das klingt erstmal so aha aber es ist tatsächlich ein riesen ding ja in der eu sind insgesamt knapp ja 20 26 verschiedene uv filter zugelassen von denen ein teil wirklich sehr sehr veraltet ist und eigentlich kaum noch genutzt wird und ein anderer teil sehr sehr modern ist aber immer noch nicht das optimale spektrum abdeckt der uv strahlung ja also du hast immer die filter die in verschiedenen bereichen fungieren deswegen kannst du nie nur ein filter verwenden sondern musst irgendwie eine kombination aus mehreren verwenden damit die eben das gesamte spektrum irgendwann abdecken und dieses jahr ist wie gesagt ein neuer filter rausgekommen der in einem ganz bestimmten wellenlängen bereich eben schützt und das hatte man bis dato nicht deswegen war das in der bubble tatsächlich ein ziemlicher hype als dieser filter jetzt raus kam und diesen dann nehme ich mal an den auch jetzt schon europaweit sozusagen in den produkten ja also es ist ein patentierter filter vom l'oreal konzern ich glaube das darf man hier auch so droppen das ist jetzt keine werbung denke ich mal und in allen produkten des l'oreal konzerns werden wird dieser filter aktuell nach und nach verbaut also dazu gehört beispielsweise l'oreal selber natürlich aber auch la roche posse skinzuticals da gibt es eben verschiedene hersteller die unter dem dach ja zu finden also die haben dann lizenzen oder wie läuft das oder wie läuft das dann genau die lizenz gehört l'oreal dem großkonzern und diese lizenz also oder dieses patent das darf jetzt eben von dem konzern genutzt werden aber eben von keinem anderen deswegen wirst du diesen filter nicht in einer nivea sonnencreme finden oder in irgendeinem anderen produkt das man zum beispiel bei einer der hausmarken der gängigen drogeriemärkte findet ja das ist einerseits total spannend weil wie gesagt so ich glaube wenn sich jetzt so auch gerade so sporter damit beschäftigen ist es halt auch wirklich interessant glaube ich einfach so sich damit auseinandersetzen welche wirkstoffe und nicht und wie kann man zum beispiel auch vielleicht auch nachhaltig dann sonnenschutz da betreiben und auf der anderen seite wenn man sich dann so die packung hinten durchliest versteht ja kein mensch was von nicht also da darf man wahrscheinlich auch erst mal zum anfang wenn man sich damit auseinandersetzen will nicht zu tief einsteigen weil man es ja nicht mal aussprechen kann absolut also je komplizierter und länger so ein name ist desto eher kannst du sagen das ist bestimmt sonnenschutzfilter ja achso okay das ist schon mal auch eine gute e-setzung genau du hast ja auch gesagt dass ja man kann klar viele leute auch gerade jetzt vielleicht auch jüngere die auch viel wert auf so das aussehen legen und auch du hast ja schon körperideale oder bilder angesprochen dass da das anti aging vielleicht so ein so ein druckmittel ist ja dass das zieht wahrscheinlich ist aber auch oder sollte es vielleicht auch sein so dass das thema halt hautkrebs und ich war es ja da auch immer mit reinspielt hautkrebsvorsorge was glaube ich wenn die meisten danach gefragt werden ganz ehrlich auch sagen müssten dass sie da kaum irgendwie vorsorge nicht das thema angehen weil wie gesagt man ist damit nicht nicht dann konfrontiert ich kenne zum beispiel auch privaten fall in der familie da ging es um transplantationen vorher hat die familie sich nicht damit auseinandergesetzt jetzt ist natürlich jeder damit sensibilisiert aber es ist auch ganz normal halt auch nicht und deswegen wollte ich noch mal kurz vielleicht darauf eingehen stichwort so diese familiäre prädisposition halt wie ist denn das eigentlich oder das ist ja auch ein thema nicht dass man da vielleicht auch gucken könnte wenn man sich damit auseinandersetzt dass man mal irgendwie fragt wer ist da vielleicht erst ein gratis in der verwandtschaft vielleicht auch schon da hat sich damit beschäftigen müssen vielleicht auch schon also bei hautkrebs ist tatsächlich so dass natürlich gibt es auch die hautkrebsarten die durchaus irgendwie durch genetische vorbelastung irgendwie vorhanden sein können und dass man da innerhalb der familie beispielsweise eher eine tendenz eben zeigt stichwort prädisposition hast du ja gerade auch schon gesagt aber tatsächlich müssen wir sagen gerade beim thema hautkrebs ist doch der überwiegende fall gute nachricht dass du das selber in der hand hast wie stark man quasi irgendwie das halt ich will damit nicht sagen jeder ist selbst daran schuld wenn man krebs bekommt um gottes willen bloß nicht ja aber gerade beim thema hautkrebs ist das thema prävention so überrepräsentiert schon fast und man kann so viel machen ein früh erkannter hautkrebs ist extrem gut therapierbar ist extrem gut behandelbar diese sehr sehr seltenen und auch familiär bedingten hautkrebs erkrankungen die sind schon deutlich aggressiver und da sind die leute dann natürlich auch entsprechend irgendwie über ihre familie geprimed dann ist das in der regel auch erfasst und die gehen dann schon von sich aus regelmäßig zur hautkrebs vorsorge aber gerade das worüber wir jetzt eigentlich ja auch sprechen und worüber die awareness jetzt generiert werden soll ist eigentlich der hautkrebs den man sehr sehr gut behandeln kann sofern er denn eben entdeckt wird und sofern man eben sich auch ein bisschen damit beschäftigt ja ich glaube dass man es vielleicht trotzdem auch kommt immer auf die familie darauf an noch vielleicht wie offen man über probleme reden kann oder einfach sachen die vorgefallen sind das ist auch gerade vielleicht zu einer generation der großeltern oder auch vielleicht auch der eltern das habe ich jetzt zum beispiel in meinem fall gemerkt dass es wird jetzt nicht gesagt dass man das nicht hatte aber es ist irgendwie gar kein thema gewesen so richtig und man hat es schon so also ich musste wirklich nachbohren ob es so war und die zum beispiel meine oma konnte sich kaum daran erinnern aber es war so also man muss wirklich auch aktiv da das einfordern die information und es kann auch gut sein dass das auch mal in der familie ein fall war aber jetzt nicht wirklich da kommuniziert wurde nicht also das habe ich für mich so ein bisschen ein bisschen erkannt was ich mir auch gedacht hatte wir nehmen ja jetzt hier die folge im mitte august auf und ich dachte mir so ach verdammt eigentlich bist du ja schon zu spät dran wieder jetzt ist doch der sommer fast vorbei das war so mein erster gedanke dabei und dann habe ich mich natürlich mit dem thema beschäftigt und dachte mir okay alles entspannt das thema das thema ist auch 365 tage lang relevant und ja vielleicht kannst du da noch mal das nachskizzieren also mit den uv-strahlen du hast ja schon gesagt im sommer sind halt stärker auf den neigungswinkel der sonne an aber und das ist glaube ich vielen wirklich überhaupt nicht bewusst dass das ein ganzjähriges thema ist und ich hatte so ein bisschen schon für mich so die die titelzeile formuliert uv-strahlen machen keine off-season und ja vielleicht kannst du einfach dazu noch mal was sagen dass es aus der medizinischen sicht wahrscheinlich niemals ein schlechtes timing sein kann absolut also gute nachricht ist es ist egal ob august oder januar man sollte das thema ernst nehmen natürlich ist man im sommer tendenziell auch öfter draußen und deswegen hat das natürlich irgendwo ganz andere aktualität oder bezug als als jetzt im winter wobei natürlich im winter ist man auch viel draußen wenn man zum beispiel wintersportler ist also deswegen kommt es auch immer darauf an mit wem man natürlich spricht genau also im winter ist es so dass man natürlich sowieso also ein bisschen weniger uv-strahlung auf der erde hat dennoch ist es beispielsweise so dass gerade der wellenlängenbereich der uv-a-strahlung übers jahr hinweg kaum schwankt also während die uv-b-strahlung kann man schon sagen die ist so im sommer besonders hoch und im winter ein bisschen weniger aber gerade die uv-a-strahlung die ja auch für die schädigung unserer zellen und dna verantwortlich ist die hat man genauso im winter und dann natürlich noch hinzu kommt das thema wenn du tatsächlich bergsportler wärst oder so dann mit jedem meter den du höher kommst hast du dann auch noch mal eine sehr viel intensivere strahlung also deswegen sagt man ja auch immer so die höhen sonne und so ist ja besonders aggressiv das stimmt auch einfach wirklich man sagt so mit eigentlich fast schon jeden 100 metern die du machst desto intensiver wird die sonne dann auch ja krass ja stichwort trainingslager es ist ja auch so dass man fährt irgendwie entweder gerne ans meer trainingslager am meer oder auch in den bergen schön rennrad fahren in bergen die pässe hoch und beides ist glaube ich wirklich wie du gerade beidest gar nicht mal so umkompliziert auch glaube ich ich hatte gelesen da am strand ich habe jetzt den effekt leider vergessen der dafür verantwortlich ist vielleicht weißt du denn aber das ist auch gerade sand und mehr eben auch extrem dass sonnen der uv strahlungen reflektiert so ja ja genau also durch die reflektion auf sand auf aber auch schnee beispielsweise geht ja die 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 energie dieser strahlung nicht verloren also die wird ja lediglich reflektiert und gemäß des physikalischen prinzips der reflektion hast du den energiewert trotzdem weiterhin erhalten deswegen sind gerade diese abstrahleffekte nicht zu unterschätzen und auch zum beispiel wenn man selbst wenn man zum beispiel in das am strand im schatten liegt hast du auch dort uv strahlung entweder eben durch die streuung oder auch weil sie einfach uns komplett umgibt auch unabhängig von schatten oder nicht schatten ja ich würde sagen wir können langsam mal so ein bisschen in die praxis tipps rein starten sarah weil ich denke dass es ein thema ist was man sich erst mal so ein bisschen annehmen muss und reflektieren muss für sich und auch glaubt zu viele informationen oder auch irgendwie kontraproduktiv sind und es kommt natürlich jetzt noch ein paar informationen die ich gerne noch mitgeben wollen würde und da einfach auch deine expertise gefragt ist und ich dachte mir machen vielleicht ein kleines mini experiment und ich würde gerne zum ersten mal in der podcast folge so einen kleinen teaser voranstellen an den jingle und ich weiß zum beispiel jetzt dass es bei instagram gibt es jetzt neuerdings so stories die 60 sekunden lang sein können und ich dachte mir vielleicht kannst du einfach wenn wenn du jetzt 60 sekunden zeit hättest und danach dürftest du nie wieder tipps zum thema sonnenschutz und hautkrebsvorsorge und hautpflege für sportler geben wenn du da diese 60 sekunden hättest was würdest du sagen und ja wenn du wenn du lust hast würde ich jetzt einfach mal hier auf die ur gucken und dann machen wir das vielleicht einfach mal absolut ich liebe experimente ok also dann würde ich sagen wir jetzt starten in drei zwei eins der grund warum du täglich sonnenschutz tragen solltest ist ganz einfach weil dir deine gesundheit am herzen liegt deswegen hören ich auf wenn es um deine haut geht und es ist auch ganz einfach jeder sonnenschutz ist besser als kein sonnenschutz deswegen macht keine wissenschaft draus verwende es täglich am besten langzeiteffekte lohnen sich immer ob beim sport oder bei der gesundheit deswegen bleib einfach am ball und mach mach es einfach ich bin auch fertig schneller fertig verspreche ich dir ich wollte gerade sagen genau also als diese 60 sekunden tatsächlich 35 sekunden durchs ziel geschossen sehr sehr gut ja ja cool lasst uns noch ein paar vielleicht take away notes für die leute noch mehr raushauen und ich will einfach noch ein paar sachen aufgreifen und ich glaube die sind auch relativ schnell beantwortet und da können wir vielleicht noch mal so ein bisschen das praxismäßige reinkommen also wenn man jetzt sagt okay ich habe mich jetzt dem thema angenommen ich mache das jetzt stichwort täglich wann soll ich mich denn da ein cremen wenn ich jetzt zum beispiel sport mache und ja wie viel vor allem das ist ja auch die frage also ich würde mich wahrscheinlich immer so zum thema wann soll ich mich ein cremen wenn du tatsächlich so ein basis schutz den du quasi täglich einfach tragen solltest verwenden möchtest dann versuch einfach ein produkt zu finden das du easy in deine morgen routine mit integrieren kannst weil dann dann kannst du es dort auftragen dann musst du den rest des tages nicht mehr dran denken wenn du jetzt tatsächlich irgendwie sagst ich mache sport dann kommt es natürlich darauf an würde ich als erstes mal fragen ja was machst du denn für einen sport da machst du es eher mittags machst du es morgens oder abends ist es ein ausdauertraining oder ist es vielleicht ein kurzes workout also kommen da auch wir können ja mal zwei beispiele kurz mal anbringen also beispiel was ja auch immer wieder thema ist betritt athleten ist halt der morgenlauf nicht vielleicht noch vor der arbeit teilweise sogar nüchtern ist ja auch nicht so wichtig aber der morgenlauf gerade jetzt muss man sich ja dann auch ein cremen also wann kriege ich mich da jetzt ein sozusagen was man jetzt wirklich für dummies zu machen ja genau wenn du jetzt beispielsweise im winter deinen morgenlauf machst solange es nicht hell ist muss sich keiner ein cremen fertig das ist ganz einfach wenn du im sommer den morgenlauf machst dann würde ich sagen sofern du vor acht uhr zurück bist braucht man es eigentlich auch nicht weil der uv index der steigt mit dem sonnenaufgang natürlich steigt auch der uv index das ist ein wert den kann man sich über eine app beispielsweise einfach mal kurz anschauen und der variiert zwischen eben null keine uv strahlung und zehn extrem hohe uv strahlung und alles was über drei ist ab dem moment sagt man muss sonnenschutz tragen ob textil oder über eine sonnencreme beispielsweise wenn man also einfach unsicher ist und sagt ja jetzt ist es gerade was weiß ich halb acht habe ich jetzt wirklich schon irgendwie grund zur sorge mir einen sonnenbrand oder eine hautschädigung holen zu können dann guckt man da halt kurz drauf und da kann man auch immer sehen wie sich es über den tag hinweg verteilt aber so grundsätzlich wenn ich jetzt beispielsweise auch eine längere rennrad session irgendwie vor mir hätte dann würde ich mich immer ein cremen und zwar so dass du den sonnenschutz mindestens ja so 10 bis 20 minuten setzen lässt nicht weil der sonnenschutz dann erst wirksam ist sondern weil sich die sonnencreme so lang die zeit nehmen muss um sich einen gleichmäßigen film auf der haut zu bilden das liegt an den film bildern die in sonnencremes enthalten sind erst nach dieser zeit sagt man hat sich auf der haut ein gleichmäßiger film gebildet der dann eben auch dafür sorgt dass der sonnenschutz nicht lückenhaft ist in der regel natürlich auch immer vorausgesetzt zu verwendest genug deswegen würde ich immer gucken dass ich mich eben ein creme ich mache es dann meistens so creme ich erstmal ein an den exponierten stellen dann ziehe ich meine zum beispiel laufklamotten oder rennrad klamotten an bis ich dann unten bin auf der straße und was weiß ich mein rad aufgepumpt habe oder was auch immer das reicht voll und ganz keiner muss jetzt da sitzen und sagen okay stoppt die uhr und ah nee jetzt muss ich aber irgendwie noch zehn minuten rumbringen also sicherlich nicht aber ich integriere es einfach immer in sowieso in meinen ablauf mich fertig zu machen und auch da gehört einfach die routine dazu ja genauso wie du deine schnürsenkel bindest ähm oder was weiß ich äh den fahrradhelm anziehst wirst du einfach auch ähm sonnenschutz auftragen genau kann man sich das mit der filmbildung ich musste gerade irgendwie dran denken kann man sich das vorstellen wie in so weiß ich nicht so science fiction film wo dann sich dann so ein schutzschild aufbaut aufbaut so langsam und sich dann so das schließt kann man sich das so vorstellen ja so tatsächlich so in etwa klar also wie wie ich gerade auch gesagt habe es kommt auch immer darauf an dass du die ausreichende menge verwendest wenn du viel zu wenig verwendest dann wird auch dieser schutzfilm einfach relativ dünn oder lückenhaft sein also muss natürlich auch immer ausreichend die menge verwenden damit sich das gut und gleichmäßig ausbilden Stichwort nachcreme ist ja auch mal ein thema wo auch experten gerne darüber sprechen dass man auch das durchaus vielleicht in betracht ziehen sollte wenn man jetzt so eine längere einheit macht grundlagen ausdauereinheit nämlich vier bis sechs stunden dann sollte ich mir eigentlich also müsste ich mir dann was mitnehmen auf jeden fall ja ja also vor allem auch weil man sagt naja man schwitzt man fährt sich mal mit der hand übers gesicht oder oder reibt sich über den oberarm keine ahnung also mit jedem abreiben und mit jedem schweiß der darunter rinnt wird auch immer ein teil des sonnenschutzes verloren gehen auch wenn da schweiß und wasser fest steht auch in dem fall sind solche geht wird immer ein teil des schutzes verloren gehen deswegen sagt man gerade in in solchen bereichen wo man stark schwitzt wo man zwischendrin im wasser war wo man sich irgendwie abtrocknet oder anderweitig abreibt alle zwei stunden ungefähr nachcreme deswegen habe ich in der trikot tasche in der regel immer eine sonnencreme mit dabei ja ich habe es jetzt auch also habe mich jetzt auch gebessert aber das bedeutet ja wirklich dann dass man jetzt wenn man jetzt zum beispiel im urlaub ins wasser geht kurz mal anbadet und vorher sie eingecremt hat da kann man ehrlich danach direkt wieder eingecremen sozusagen ich time das manchmal auch schon so ab dass ich sag ich muss sowieso eigentlich sollte ich laut uhr in einer halben stunde e nachcreme dann gehe ich jetzt noch mal kurz ins wasser und dann kann ich mich eh noch mal eincremen also ich habe da tatsächlich schon das andere extrem gefahren sodass ich irgendwie mir eher überlege wann gehe ich wieder baden weil ich mich sowieso nachcreme muss es ist fast schon so wie diese analogie mit den sportlern die sagen ah wann muss ich wieder duschen nee ich habe heute noch nicht trainiert also gehe ich erst vorher trainieren dann lohnt sich das mit duschen auch mehr in einheiten ja stimmt da kommt mir auch gerade eine frage gelegen hier von zwar jona hat er gefragt der würde gerne wissen wie ist denn das jetzt wenn man jetzt zum beispiel rad und laufen hat man ja also es gibt ja man hat ja so diese berühmten tan lines dann halt an arm und bein und je nachdem ob man jetzt die rat oder laufhose hat ist da ja eine unterschiedliche tan line und er hatte jetzt so gefragt muss man jetzt die stellen die dann sage ich mal wo dann die hose weiter hoch rutscht zum beispiel wo man halt noch nicht ganz so gebräunt ist muss man die dann besonders viel eincremen oder mehr eincremen oder ist das alles bei sage ich mal ich glaube er verwendete verwendet LFS 50 Lichtschutzfaktor ob es dann egal ist keine rolle spielt genau die frage zielt glaube ich auch so ein bisschen darauf ab ob gebräunte haut weniger empfindlich gegenüber die frage kam auch die kam noch extra zweimal ist sie nicht also der deswegen musst du dich auch je nach bräunungsgrad nicht unterschiedlich eincremen sondern du cremst dich einfach in der regel immer komplett ein und dann ist es egal ob die hose mal länger mal kürzer ist und ziel sollte sein keine tan lines zu bekommen ich weiß das ist super schwierig krieg es auch nicht immer hin aber wenn man tatsächlich richtig darauf anlegt und sich sehr ausgiebig und gründlich eincremen dann hat man keine tan lines habe ich letztes jahr bei meiner gardasee umrundung hinbekommen ja krass sechs stunden bei voller hit voller praller sonne draußen gewesen keine tan lines bekommen ja das ist dann pro das ist schon das pro dasein so einmal weißt du sowieso so spray tan aber mit sonnenschutz genau also die also braune haut oder gebräunte haut ist dann auch nicht irgendwie resistenter oder so ich glaube das war auch eine frage also das ist dann auch eine falsche annahme tatsächlich nicht also man man hat das immer lange zeit angenommen also so vor bräunen und dann wäre man irgendwie geschützter aber tatsächlich ist es so jede bräunung der haut ist ein zeichen für einen vorangegangenen zellschaden denn die haut bräunt sich nur dann wenn die zelle das signal bekommt hier hatten schaden stattgefunden und ich muss jetzt mein precious dna ja in meinem zellkern zusätzlich weiter schützen um nicht noch mehr schäden einzusammeln und deswegen baue ich das melanin ein auf und baue das um meinen zellkern drumherum und deswegen werden wir braun heißt also wann immer du schon braun bist hat ein zellschaden schon stattgefunden das ist super hart und rigide ausgedrückt und natürlich jeder bräunt irgendwie ein bisschen und ich bin auch im sommer ein bisschen dunkler als jetzt im winter aber tatsächlich so dieses wann immer ich so sehr sehr stark gebräunte menschen sehe sehe ich nicht irgendwas wo ich sage wo geil richtig knusper aus sondern dann sage ich eher so oh gott nein was da alles passiert ist ja das kann ich gut verstehen dass man das aus dem ganz anderen die winkel dann sieht als experten ich habe mich dabei erwischt jetzt als ich dann zum ersten mal vor ein paar monaten dann also nicht nicht zum ersten mal aber als ich dann im dm stand dann war wirklich so ein regal vor mir mit wirklich ich weiß nicht wie viele produkten es war es gab wirklich lotions cremes sprays weiß ich nicht es gab nachhaltige sachen es gab dann gibt es ja diesen nicht schutzfaktor von 10 30 50 also ich war komplett überschlagen ich bin dann erst mal rausgegangen hat mir mal ein bisschen gesucht im internet so was gibt es da so für ratgeber mir erstmal kurz belesen kann man das irgendwie runterbrechen auf drei vier punkte ja es ist ja der totale overload einfach wenn man vor so einem regal steht dann denkst du ja auch so okay freedom of choice macht es ja auch nicht besser irgendwie aber es gibt so ein paar einfache tricks wo man wirklich schon mal so mindestens drei viertel der produkte weg kicken kann alles was unter lichtschutzfaktor 30 ist don't do it also die kannst du alles schon mal weg tun ja heißt also wir beginnen irgendwo bei lichtschutzfaktor 30 und dann gibt es da was weiß ich mal was weiß ich 40 sieht man selten der nächste sprung ist ja dann direkt irgendwie 50 oder 50 plus aber lass uns erst mal in dem turf nur so surfen ja alles gut wäre punkt eins punkt zwei den ich vielleicht mal mitgeben würde ist so alles wo sehr alle produkte die sehr intensiv riechen ja also wo sehr intensiv duftstoffe raus zu riechen sind oder parfum oder auch alkohol also wenn ein produkt alkoholisch riecht würde ich auch mal generell weglassen weil da ist einfach die gefahr zu hoch dass dann die haut doch darauf reagiert mit sonnenallergie mallorca akne irgendwelchen hitzepickeln und so weiter was man nicht so alles kennt dass es ganz häufig eben in produkten die einfach sehr stark parfümiert sind oder auch wo ein sehr starker alkoholgehalt drin ist trotzdem auch produkte mit alkohol sind nicht per se schlecht es gibt einfach auch genug leute die es ganz gut vertragen deswegen immer auf die individuelle verträglichkeit auch ein bisschen gucken und dann würde ich mal sagen so der letzte punkt ist auch so ein bisschen so eigene bedürfnisse sollten wir bitte da auch beim thema sonnenschutz nicht ganz unter den tisch kehren wenn du also sagst ich bin typ ich mag einfach lieber sprays ja dann nimm ein spray wenn du sagst mir fällt es leichter mich mit einer creme gleichmäßig einzucremen dann nimm eine creme also wie ich vorhin auch schon gesagt habe es gibt kein es gibt nur ein falsches sonnenschutzprodukt und das ist keins also keins zu verwenden deswegen jedes produkt das irgendwo ein lichtschutzfaktor ausgewiesen hat ist besser als keines zu verwenden deswegen keine wissenschaft draus machen ein produkt finden das zu einem passt mit dem man gut zurechtkommt wo man sagt hey ja das kann ich mir vorstellen auch aufzutragen ohne da jedes mal ein hass zu entwickeln dann sind wir doch schon auf einem guten weg würde ich sagen ja es kam auch eine frage die karine hatte gefragt und zwar dass auf welche inhaltsstoffe ist jetzt ankommt wenn man merkt dass die die lotions oder cremes oder sprays wie auch immer sehr stark so zu irritation führen auf der haut also bei mir ist das jetzt vielleicht nicht ganz so aber ich habe auch so sehr 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 trockene haut so er muss da auch ein bisschen aufpassen kann man da vielleicht hatten ja schon das thema so die liste ist nicht ganz so leicht aber kann man sich da an irgendwelchen inhaltsstoffen orientieren oder bestimmten keywords ja es gibt zurzeit so ein großes keyword was man echt viel auch direkt aufgedruckt auf sonnencremes findet und zwar ist es ohne octocrylen das ist einer dieser besagten nicht so modernen uv filter der inzwischen immer mehr im verdacht eben steht hautirritationen zu begünstigen und gerade in kombination mit eben sonnenlicht also nicht alle uv filter sind gegenüber dem sonnenlicht besonders stabil das liegt in ihrem wirkprinzip jetzt erstmal weil sie ja irgendwo die energie auch aufnehmen und manche verändern sich eben unter dieser aufnahme der energie zu einem leicht chemisch modifizierten molekül und das wiederum kann eben zu reizungen führen teilweise und octocrylen ist eben einer dieser stoffe der dafür sehr bekannt ist deswegen werden inzwischen sehr viele sonnencremes eben ausgelobt als ohne octocrylen trotzdem muss man sagen wenn man das verträgt so grundsätzlich und nicht ein sensibler hauttyp ist oder eine empfindliche haut hat dann wird man auch solche sonnencremes gut tolerieren können aber gerade die die sowieso von sich wissen hey ich habe oftmals gerötete empfindliche trockene haut da könnte es zum beispiel sinn machen auf den stoff zu achten ansonsten so weiterer tipp es gibt so so 45 recht veraltete uv filter da gehört zum beispiel der dazu wo alle das lesen alle sehr schnell auf so einer packung und sagen dann immer voll witzig der heißt halt homosalate und dann denkst du dir so ja okay ist nicht so witzig wenn du eigentlich weiß wie man es richtig ausspricht also als einfach homosalat heißt der filter hat nichts mit salat oder irgendeiner sexuellen orientierung zu tun aber dieser filter ist eben auch relativ veraltet und auch kann auch zu individuell zu irritationen führen und halt eben auch alle sonnencremes wie gesagt die sehr sehr hohe anteile von alkohol oder duftstoffen enthalten die sind potenziell auch für empfindliche haut nicht geeignet ja es ist ja auch so dass man so mit kleinen storys sich sachen merken kann ich weiß nicht ich glaube ich wenn ich es gerade richtig verbinde hatte ich gelesen dass es ja auch glaube ich in hawaii so ist betrifft übrigens auch die triathleten wo ja auch die weltmeisterschaft weltmeisterschaft jetzt wieder stattfinden wird dass da ja glaube ich seit 2021 auch tatsächlich sonnenschutzprodukte mit octokylen verboten worden oder unter anderem octokylen und da gehören noch vier fünf andere dazu unter anderem beispielsweise benzophenon weil die im verdacht stehen sollen eben die korallenbleiche zu begünstigen muss aber ganz klar sagen dass das korallensterben leider nicht durch sonnenschutz verursacht wird sondern durch den klimawandel und durch die damit verbundene erwärmung der weltmeere dennoch natürlich ist es nicht verkehrt einfach auch darauf zu achten sind denn solche stoffe auch für die aquatische umwelt wirklich immer so gut und im zweifel dann better safe than sorry aber genau die sind also alle neueren uv filter sind auch was das angeht relativ unbedenklich oder gelten zum jetzigen zeitpunkt als unbedenklich okay und was ich mich auch gefragt hatte als ich dann vor dem regal stand da gibt es ja dann immer so die abteilung oder die produkte für sportler oder weiß ich nicht sport also wasserfest steht dann auch drauf nicht schweißresistent also ist das dann jetzt auch marketing weil du auch gesagt hast also es wird ja eh dann durch abwischen oder abrieb oder wie auch immer muss man e nach cremen also die sind ja auch ein bisschen teurer auf die produkte habe ich festgestellt also wie wie was ist was kannst du dazu sagen also es ist nicht ausschließlich marketing das kann ich schon mal dazu sagen es hat oftmals mit zwei sachen zu tun punkt eins mit der art und menge der filmbildner die enthalten sind also sonnencremes die wasser und schweißfest sind sind in der regel sehr viel klebriger unangenehmer auf der haut weil das eben leider die downside dieser wasserfestigkeit ist um das zu erzielen musste filmbildner verwenden die sehr viel stärker auf der haut kleben damit einfach auch der sonnenschutz dort verbleibt das ist so die eine sache und die andere sache die in solchen produkten einfach oft drin ist es einfach sehr viel höhere alkoholgehalt weil du eben dafür sorgen willst dass trotz dieser speckigkeit durch die filmbildner das hautgefühl ein bisschen besser ist und durch alkohol wird es eben gewährleistet dass die creme zumindest leichter über die haut rutscht dass man es besser verteilen kann und dass es nicht so ein einziger barz ist deswegen sind produkte für den sport einfach in der regel sich zeichnen sich eben dadurch aus dass sie sehr viel mehr filmbildner enthalten und oftmals auch mehr alkohol aber du wirst auch eine sonnencreme die nicht explizit für den sport ausgelobt ist nutzen können und trotzdem sport machen kommen wir wieder auf den punkt zurück die die du nutzt ist die beste exakt genau aber jetzt auch schon verinnerlicht genau ja und warum vermarktet oder vermarktet wird jetzt wieder sozusagen auch körper und gesicht nochmal extra also kann ich mir jetzt auch eine gesichtsloschen auf den arm spielen oder ist das jetzt ganz falsch kannst du schon machen wenn du wenn du so viel geld ausgeben willst dann kannst du das machen der grund ist einfach folgender im gesicht sind wir dann doch irgendwie so vielleicht weniger tolerant gegen irgendwie kleben und dann die haare da immer dranhängen und so weiter als am körper und deswegen sind die produkte die du fürs gesicht machst oftmals sehr viel durchdachter und eleganter formuliert ja also mit sehr viel komplexeren formulierungen wo dann vielleicht auch mal ein zusätzlicher pflegestoff noch mit drin ist und das macht so im setup alles in allem so ein bisschen teurer in der entwicklung und produktion aber du kannst natürlich beide produkte vice versa verwenden ob jetzt quasi eine body lotion fürs gesicht oder gesichts sonnencreme auch für körper geht beides also mache ich auch teilweise ja und was ist jetzt so eine gute sage ich mal ein guter anhaltspunkt weiß ich nicht man sagt ja so keine ahnung jetzt also bei triathlon equipment ist es ja oft so dass man auch so ungefähr weiß was jetzt ein gutes produkt vielleicht kostet circa so kann man das jetzt bei den sonnenschutzprodukten auch sagen oder kann man das nicht unbedingt nicht unbedingt tatsächlich also es heißt nicht dass ein teurer sonnenschutz automatisch sehr viel besser ist und das heißt aber auch nicht dass ein billiger irgendwie schlecht wäre es kommt tatsächlich ein bisschen mehr da auch auf die inneren werte an also es gibt momentan wirklich sehr sehr gut formulierte sonnenschutzprodukte die du bei dm für knapp drei vier euro auch kaufen kannst also so fürs gesicht beispielsweise oder dann auch für körper in größeren abmessungen dann auch fünf sechs euro also durchaus bezahlbar aber ja es gibt doch auch sonnenschutzprodukte die dann schneller auch mal irgendwie ja zwischen 10 und 20 euro kosten können für für eine kleine tube fürs gesicht also gebe ich aber auch schon aus teilweise habe ich jetzt tatsächlich auch kein schmerz damit weil ich halt eben im gesicht kein produkt will das irgendwie übermäßig klebt oder mich glänzen lässt oder so aber so dass man sagt oh das muss immer mindestens so und so viel kosten würde ich mich gar nicht daran orientieren sondern wirklich danach schauen was was kann ich auch gut tragen also es gibt super teure sonnencremes die einfach totaler quatsch sind da würde ich niemals geld dafür ausgeben und nur weil dann irgendwie chanel oder shiseido draufsteht da kann man getrost die finger davon lassen ja das hat man ja in jeder in jeder branche dass man da so ein bisschen vielleicht auch erst mal so ein gefühl für den wickeln muss wahrscheinlich auch ich habe noch eine letzte frage die bisschen fast schon peinlich ist und zwar ich hatte in letzter zeit nicht in letzter zeit aber so in den letzten jahren mal beobachtet dass so an den oberschenkeln so auch kleine sonnenpickel sind das wahrscheinlich dann auch entstehen und ich habe mal gehört in einem podcast wo du zu gast warst dass das glaube ich diese post in der inflammatory morg sind wenn es das ist wo dann halt ganz lange zeit dann noch so eine blaue stelle bleibt ah ja genau genau das sind diese hyperpigmentierung von denen ich vorhin auch schon gesprochen habe im zusammenhang mit der akne und pickeln die irgendwie langsam abheilen das hat einfach was mit der entzündungsreaktion in der haut zu tun und im rahmen von entzündungsreaktion da passiert so allerhand im körper aber eben auch so viel dass entzündungen eben zu hyperpigmentierungen führen können deswegen sind ja entzündete stellen rot gerötet manchmal auch bläulich und das gleiche ist eben bei solchen entzündungen die man vielleicht so mal was weiß ich durch irgendwelche hitzepickel beispielsweise oder so hat und das kann eben auch sein und dann durch uv strahlung wird wird es noch mal intensiviert und dann kann es durchaus sowas sein aber dann wäre als eben meine frage jetzt auch warum hast du das ausgerechnet nur auf den oberschenkeln ich glaube ich glaube das ja ich glaube das lag auch irgendwie so ein bisschen an der radhose dass man die vielleicht doch zu wenig gewaschen hat weiß ich nicht ja ich weiß es nicht also keine ahnung aber das war mir aufgefallen weil die danach so also schon ich weiß nicht ob es jetzt wochen waren aber zumindest mal tage wirklich so eine blaue stelle war ich dachte auch ist ja merkwürdig so ja das klingt fast danach ja das hat extrem lange gebraucht ja ja das ist es halt auch wo dann auch so das thema langfristig denken am ball bleiben irgendwie mitkommt willst du sowas irgendwie weg zu pflegen oder wieder weg zu bekommen das dauert dann so viel länger als sich einmal irgendwie ordentlich einzucremen und deswegen ist dann auch immer so die frage der abwägung so mache ich das eine oder lieber das andere ja ehrlich gesagt hätte ich jetzt wahrscheinlich könnte ich noch zehn weitere fragen stellen aber ich würde vorschlagen dass wir hier vielleicht erstmal einen punkt setzen und ja das war glaube ich eine menge menge input für heute und ja ich danke dir auf jeden fall sarah für ja für deine zeit und für die ausführlichen antworten und ja ich habe ja auch gesehen auf deiner seite e train care hast du ja auch schon sehr sehr gute holistische beiträge zu den einzelthemen und ich würde vorschlagen dass wir die einfach noch in den show notes verlinken da kann jeder noch mal da sind da auch noch mal produktvorschläge die haben wir jetzt hier vielleicht in dieser folge heute nichts mit drin gehabt aber da kann dann jeder noch mal in ruhe gucken wenn man so das sagen also eine produkte droppt muss man eben meistens noch mal googeln dann hat man die arbeit doppelt und so kann man einfach noch mal den artikel dann vielleicht lesen und kann da noch mal ein bisschen was raussuchen für sich ja sarah also vielen vielen dank die gehören auf jeden fall die letzten worte und ich fand es sehr sehr spannend noch eine menge dazu gelernt ja sören es freut mich total zu hören und ich hoffe natürlich dass jeder und jede die jetzt mitgehört hat da auch für sich was mitnehmen konnte und ich glaube wir sind uns einig wenn es eine sache ist die wir beide loswerden wollen dann ist es dieses pass auf eure haut auf verwendet sonnenschutz egal welchen und bleibt gesund ja das hoffen wir alle okay also tschaui macht's gut tschau hat es hat es hat Vielen Dank.